Ich wünsche mir, dass sich das griechische Volk nicht von der EU oder von Mitgliedstaaten der EU beeinflussen lässt. Die Griechen haben das Recht, selbst zu entscheiden über ihr Schicksal und über das Schicksal ihres Landes. Seit Beginn der Krise hat sich trotz der strikten Sparpolitik der Troika nicht viel in Griechenland verändert. Im Gegenteil, die Programme sind fehlgeschlagen. Die Arbeitslosigkeit, insbesondere unter jungen Menschen, ist extrem hoch. Und Griechenland hat heute mehr Schulden. Ich hoffe, Syriza wird diese Wahl für sich entscheiden und dafür sorgen, dass in Griechenland wieder wirtschaftliche und soziale Gerechtigkeit herrscht. Das wäre ein positives Signal für die bevorstehenden Wahlen in anderen Ländern Europas. Vor allem in Spanien, wo die Linke ebenfalls eine gute Chance hat, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Für mich steht Syriza für einen Neuanfang in Europa. Für ein besseres und gerechteres Europa als das, was wir haben. Griechenland wählt links, damit es eine Chance hat.